Ohne Vorwarnung war es aus seiner Höhle geschossen, hatte ihn angegriffen und mit einem Feuerstoß nach dem anderen bedeckt. Um ihn herum standen innerhalb von Sekunden Linden, Birken und das feuchte, sanfte Grasland in Flammen. Immer wieder hallte das grauenhafte, bis ins Mark dringende Gebrüll des Monsters an seine Ohren. Und auch jetzt, als er endlich wieder Luft holen konnte und sich seine Lungen anstatt mit Feuer mit Sauerstoff füllten, sah er nur aus dem Spielen mit den anderen Höflingen zu betrügen. Wie aber, fragte er sich ehrlich, hätte ich sonst Spannung nach Xanten bringen können? Alles war so trostlos, langweilig und öde, dass ich geglaubt hatte, unter der Last des Hoflebens zerbrechen zu müssen. Und was sind dann bei Reitturnieren kleine Schlaglöcher? Was ist ein scharfes Schwert, das mühelos durch Rüstung und Haut schneidet? Bis heute hatte er nicht verstanden, warum sein Vater, der König, so ärgerlich gewesen war. Wenn die Arbeit gerade sehr schwer war, die Esse vor Hitze glühte und das Eisen Funken sprühte, wenn es mit dem Hammer bearbeitet wurde, hatte Siegfried hier und da unauffällig eine Frage gestellt. Unterschwellig waren sie gewesen, auf keinen Fall verdächtig. Und so hatte er herausgefunden, dass es ein verlassenes Dorf vor den Hängen des Berges gab, dessen Ruinen trauriges Zeugnis von der verheerenden Kraft des Drachen waren. Hinzu kam, dass nur wenige... In dem hageren Gesicht erkannte Siegfried mehr Falten als Bartstoppeln und um die Augen herum hatten sich dunkle, seiner Erschöpfung zeigende Ringe gebildet. Neben ihm, gerade gestolpert, lief eine junge Frau. Sie zog und zerrte an einem Karren, den sie über die unebene Landschaft zu ziehen versuchte. Sie war ebenso abgemagert wie ihr Mann und die drei kleinen Kinder, die auf dem Karren saßen, starrten geradewegs ins Leere und waren anscheinend... ...dann aber mehr und mehr zu einer Gestalt zusammensetzten, deren krumme Beine ebenso kurz waren, wie der breite und muskulöse Oberkörper. Die Gestalt war geduckt und zusammengekauert, ganz so, als würde sie sich vor einem Angriff schützen wollen. Was bringt dich hierher, Alberich? halte ihm die von den Steinen tausendfach gebrochene Stimme Fafners entgegen und ließ den Zwerg, sonst stolz und voller Mut, zusammenzucken, als hätte er... ...war sich sicher, jetzt wo er sich durch eine langsam aus der furchtbaren Ebene zurückziehende Landschaft zu einem felsigen und steinigen Felsmassiv bewegte, dass es ein Flehen gewesen war. Ein Flehen, das ihn davon abhalten sollte, hinaufzugehen, zur Höhle des Drachen, um dort dem sicheren Tod zu begegnen. Er hatte aber, ganz wie es seine Art war, beruhigend gelächelt. Einerseits für sie, andererseits für sich, denn nur so fühlte er sich wohl. Nur so konnte er diese eine Chance. Misslang sie ihm, würde er in tausend Stücke zerrissen werden. Höre nicht auf deinen Kopf, tu, was dein Schwert von dir verlangt, bestärkte er sich selbst und schleuderte dann den Helm, den er getragen hatte, dem Drachen entgegen. Und so, wie er gehofft hatte, traf der Helm eins der schwarzen, dunkelschimmernden Augen frontal. Verwirrt und irritiert, dass man ihm Gegenwehr leistete, löste der Drache den Druck auf Siegfried und stieß einen Laut aus, der an ein Grunzen erinnerte. Eine Blase, die mit einem leisen und seichten Blubb zersprang und keine weitere Beachtung geschenkt bekommen hätte, wenn sie nicht etwas zutage gefördert hätte, das Alberich noch niemals zuvor gesehen hatte. Es war eine grünlich zähe Flüssigkeit, die an Algen erinnerte und die sich erst nur ganz langsam, dann aber immer schneller unterhalb des Wassers ausbreitete. Den Vergleich schob der Zwagenkönig aber sogleich wieder hinfort, denn Algen würden das Wasser nicht, so wie seine Haut reagierte auch das Wasser. Es wurde immer dichter, immer undurchdringlicher und so heiß, dass Siegfried wiederglaubte, gekocht zu werden. Wie er genau ans Ufer kam, wusste er später nicht. Er wusste nur, dass er solche Schmerzen litt, wie er sie noch nie zuvor erlebt hatte. Immer fester legte sich der Panzer um ihn. Der Druck wurde so unerträglich, dass Siegfried glaubte, hier und jetzt ersticken zu müssen. Aber dann, aber er hörte, woher der Angriff erfolgte. Siegfried riss die Hand empor und bekam das Handgelenk des Zwerges zu packen. Mit unmenschlicher Kraft griff er zu und drehte den Arm des Angreifers herum. Stöhnend drang der Schmerzenslaut an Siegfrieds Ohren. Es war unglaublich. Er war schneller geworden, kräftiger und all seine Sinne waren plötzlich geschärft. Und er konnte riechen, was anderen Menschen verborgen blieb. Siegfried drang ab, was Siegfried nur ein Schulterzucken entlockte. Es reichte, um mich auch gegen dich zu behaupten, König Zwerg. Ja, das hat es wohl, sagte Alberich seufzend. So, nun bin ich von der einen direkt in die andere Gefangenschaft geraten. Hüte den Schatz für mich, bot Siegfried in einem Anflug von Großzügigkeit an. Sei mein Wächter. Weißt du, was geschieht, wenn herauskommt, dass es den Drachen nicht mehr gibt? Siegfried konnte es sich nur zu gut vorstellen. Die ihr den Hals zuschnürte, und sie glauben ließ, keine Luft mehr zu bekommen. Wäre es doch nur die Langeweile, die mich begleiten würde, dachte sie bitter und wurde sich wieder bewusst, dass sie nicht alleine in der Kutsche saß. Ihr gegenüber, den Blick direkt auf sie gerichtet, saß der schwarzhaarige, vollbärtige Hagen von Tronje, in dessen Augen sie einen Glanz erkannte, den sie nicht so recht interpretieren konnte. Einerseits glaubte sie, in ihnen so etwas völliger Verständnislosigkeit, war ebenso in seinem Gesicht zu lesen, wie die fassungslose Leere eines Mannes, dessen letzte Augenblicke gerade unaufhörlich zerrannen. Aber, sagte er noch und wurde dann mit solch einer Gewalt aus der Kutsche herausgerissen, dass Grimhild nichts weiter sah, als die plötzlich vorgestreckten Arme und Beine. Dann war er fort. Dass er irgendwo draußen zu Boden schlug, vernahm sie nur wie aus weiter Ferne. Hat keine Angst, Fried nehmen konnte. Unentwegt schaute die Schwester von König Gunther aus dem kleinen Fenster heraus, hin zu dem aufrecht auf seinem Pferd sitzenden Siegfried. Und während sie so da saß, das zierliche Kinn in die Handinnenfläche gelegt, den Ellenbogen auf dem Fensterrahmen abgestützt, funkelten ihre Augen wieder und wieder vor Faszination und ersten Anfällen von Verliebtheit. Sie ist ganz anders als meine Herrin, sinnierte er und kam, nachdem er es mehrmals versucht hat, auch jetzt wieder plötzlich schwarz vor Augen geworden. Nicht, weil er sich aufregte oder provoziert fühlte, sondern weil etwas in ihm zu kochen begann. Da war etwas in ihm, das wisperte und flüsterte. Eine Stimme, tief in ihm verborgen, die ihm zuraunte, dass er sich niemals kampflos ergeben durfte. Dass er das verteidigen musste, was ihm am liebsten war. Erst hatte Siegfried der Stimme keinen Glauben, geschweige denn sein Gehör schenken. Du bist ein seltsamer Mann, sagte sie, nachdem sie sich neben ihm auf der Wiese niedergelassen hatte. Keiner wird aus dir schlau. Das werde ich selbst nicht, gab er zu und wunderte sich über das Eingeständnis seiner eigenen Schwäche. Warum hast du so seltsam gesprochen? Siegfried zuckte mit den Schultern, weil er die Frage nicht beantworten konnte. Es hatte ihn genauso verwirrt wie die anderen und es verunsicherte ihn ebenfalls, dass er so animalische Züge anrein sahen, der mit gezogener Waffe darauf wartete, das Heer der Burgunder anzugreifen, ließ Siegfried doch für einen kurzen Augenblick überlegen, was geschehen würde, wenn er diese Schlacht verlor. Er, der sich selbst für unbesiegbar hielt, führte Männer in die Schlacht, die nicht so waren wie er. Sie hatten nicht in dem Blut eines Drachen gebadet, hatten nicht Alberichs Tarnkappe erobert und besaßen nicht den Schatz der sagenhaften Nibelungenwesen, Hammerschlag eines Schmiedes auf ein glühendes Stück Eisen. Sie hatten die Männer wie Bäume gefällt, Siegfried schließlich eingeschlossen und ihn selbst aus dem Sattel gehebelt. Als er aufgeschlagen war, hatte er geglaubt, das Bewusstsein zu verlieren. Nur noch mühsam hatte er das Schwert halten können und nur unter großer körperlicher Anstrengung war es ihm möglich gewesen, den Hieben standzuhalten. Und als ob das Schicksal es gut mit ihnen meinen würde, hatte plötzlich der Sachsenkönig vor ihm gestanden. Mäßige fein geschnittene Gesicht, das ihn irgendwie an eine Katze erinnerte. Nein, das, was ihn faszinierte und in den Bann schlug, waren die grünen wie diamantenschimmernden Augen. Augen, wie er sie bisher nur einmal in seinem Leben gesehen hatte, bei seiner Krimhild. Nun stand er da und beobachtete die junge Frau, in deren Augen der Stolz unzähliger, unabhängiger Generationen geschrieben stand, die sich niemals jemand anderem als sich selbst doch da oder auch nicht, meinte er grinsend, verschloss die Schnalle seiner Tarnkappe und war einen Liedschlag später spurlos verschwunden, als wünschte sie sich nichts sehnlicher, als dass er hier und jetzt seinen Kampf verlor. Das, was Hagen allerdings am meisten Kopfzerbrechen bereitete, war Siegfried. Nicht zum ersten Mal kreisten seine Gedanken um den seltsamen jungen Mann, der wie ein Schatten über Hagen gekommen war. Der Mann, der Hagen selbst das Leben gerettet und den Sachsenkönig mit einem einzigen Hieb beinahe gespalten hatte. Hinzu kam, dass Siegfried nicht von dieser Welt zu sein schien. Und auch jetzt, als sie ihren Speer warf, funkelten und glitzerten die in das Leder eingelassenen Steine kurz, aber intensiv in den Farben des Regenbogens. Nun trug er den von Gunthers Hand geschleuderten Speer. Ohne groß darüber nachzudenken, ließ er die von Brunhild geworfene Waffe durch den Schaft hindurch zersplittern, denn sie sollte wissen, dass sie keine Chance gegen den König der Burgunder hatten. Dieser hatte sich kurz vor dem Speerwerfen mit der Bemerkung verabschiedet, er müsse austreten. Doch bis jetzt war er nicht wieder zurückgekehrt. Oder vielleicht doch? Hagen begann immer mehr zu zweifeln und nahm sich vor, Siegfrieds Gemächer aufzusuchen, um zu sehen, ob Gunthers Freund wirklich zum Abort gegangen war. Als er Siegfrieds Zimmertür erreichte, klopfte er nicht. Er drückte die Tür leicht auf, warf einen Blick durch den langsam entstehenden Spalt, was davon, dass er sich noch konzentrieren und kurz innehalten müsse, um die nötige Kraft für den gewaltigen Sprung sammeln zu können. Ich bin wieder da, zischte Siegfried und ließ Gunther erleichtert aufatmen. Und? fragte Brunhild. Ich werde nun springen, rief Gunther und begann ungelenk auf Brunhild zuzulaufen. Neben ihm der unsichtbare Siegfried, der dem König bei seinem Sprung einen zusätzlichen Schubs gab, damit dieser die zehn Schritte überbieten konnte. Und das? Es ist mitten in der Nacht. Sie hat es schon wieder getan, murmelte Gunther leise und peinlich berührt. Die Augen hatte er niedergeschlagen und sein linker Fuß scharte dabei über den Boden, als wollte er den Fleck der Schande so auswetzen. Und was soll ich jetzt tun? wollte Siegfried wissen, dem es langsam lästig wurde, immer dann einzuspringen, wenn Gunther nicht weiterkam und es nicht schaffte, seine wilde, ungezügelte Frau dazu zu bewegen, endlich mit ihm den Akt der Ehe zu verlassen. Was hast du? fragte die gerade erwachende Krimhild ihren Mann und gab ihm einen Kuss auf die Stelle in Form eines Lindenblattes. Einen Fehler begangen, murmelte er und warf einen Blick auf den Gürtel und den Ring, die er achtlos zu Boden geworfen hatte, als wären sie nichts weiter als Abfall, den Mann beseitigen musste. Wie meinst du das? Krimhild gab ihm wieder einen Kuss, streichelte ihm mit den Fingerspitzen über die Brust und schmiede dabei weiterhin vor Zorn. Krimhild, die den erneuten Angriff ignorierte, wusste, warum ihre Schwägerin so voller Hass war. Und ja, sie konnte sogar verstehen, warum sie doppelzüngig sprach. Schließlich traf sie mit ihren Worten nicht nur Krimhild oder Siegfried, sondern auch den König. Dieser aber grinste noch immer, so erhaben und überlegen, wie er sich fühlte, auch ohne nur eine der Gewitterwolken zu bemerken, die sich über seinem Kopf zusammenbrauten. Und ein Knecht hat es überreden lassen, erklärte Hagen mit ruhiger Stimme, obwohl gar nichts in ihm ruhig, geschweige denn gelassen war. Innerlich fühlte er sich aufgewühlt und stand so unter Spannung und Druck, dass er am liebsten in tausend Stücke zerrissen worden wäre. Ihr hegt aber keinen Groll gegen ihn? fragte Krimhild hoffnungsvoll und starrte zu Hagen, der die Hand ausstreckte und der Königsschwester einen Finger unter das Kinn legte. Einem Mann wie Siegfried darf nichts geschehen. Er ist für unser aller Wohlzustell zu schmieden begann. Außerdem machte der Durst ihm deutlich, dass die zurückliegende Jagd auf die Wildschweineber ausgesprochen erfolgreich gewesen war. Er alleine hatte zwei Stück mit dem Spieß bezwingen können. Hagen hatte ebenfalls zwei erlegt und beide hatten herzhaft darüber gelacht, dass sie nicht wussten, wie sie die Kadaver nach Worms bringen sollten. Nun, als Siegfried sich am Wasser des schmalen Baches niederließ, um seine Hand in das kristallklare, eiskalte Wasser zu tauchen, kam es ihm so vor,